So wir sind in der Power Week und wie sieht es aus? Sehr gut. Macht Spaß bis jetzt? Voll. Wir sind jetzt schon am dritten Tag, am Mittwoch. Wir sind noch gar nicht erschöpft. Wir sind noch gar nicht erschöpft, aber wir haben schon, ich sehe anders aus glaube ich, aber wir haben schon eine Menge geschafft. Wie vergeht so die Zeit in dem Kurs? Sehr 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 schnell. Ja sehr viel Input, man langweilt sich nicht, weil du machst das alles aus dem Kopf und du hast auf jede Frage eine Antwort und das ist sehr konstruktiv und sehr 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 detailreich. Es ist sehr gut strukturiert, es ist nicht einfach, aber einfach gemacht. Die Sachen, die mich interessieren, sind, dass es gut umsetzbar ist und dieses System ist gut umsetzbar. Es ist auch für Kieferorthopäden, die schon sehr viel Erfahrung haben, eine Ergänzung und alle nehmen da was mit. Was ist so der wichtigste Punkt oder das größte Unterscheidungsmerkmal? Elon Musk ist on stage, der weiß was er tut.